ich glaube die mit ihr fertig ist dann war es das für dich danach warst du damit nach was das mit deiner kinderplanung du meinst die richtige schrotflinther ein timer läuft ich war alles kaputt hier das hat so die otterpolizei hilfe ja mann ich muss darüber nachladen aber ich habe mir sein gold kontrolliert wieso trifft die forst sagt wo an dem gang oder ok ja die kompletten die kompletten treppe jetzt habe ich die vor der pack ist das gewesen kenne ich fast so ok das war nicht schlecht das war eine gute idee ich hatte drei lebende schweißte kontaktgranate wenn ich auf mich zugekommen habe ich gehabt frag mich endlich meine frisse ja jetzt schon hinter mir das heißt schweißte Was ist das? das ist nicht wahr wieso schlubst du dich der bug das ist nicht so nahe hinab gekriegt trotzdem steht er noch wieder der eine auf der wieso überleben die warum überleben die das mal ich haben müssen der sitze schön auf der treppe 8 marten den ich haben müssen ach den ersten konnte ich wiederholen aber der back nicht diese lesion heute der nächste leise hinkt nur auf der treppe und 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 das ist nicht wahr der lion schon wieder hat er halt ist unsterblich ach man wieso ich kriege ich die alle nicht bei mir sage ich nur das ist und schon wieder der vision nur noch zehn sekunden ja man hat ja gar nichts mehr stelle ich vor dieser scheiß treppe gekriegt worden ja wollte ich ja ich bin immer da wo gelandet da war das denn das ist auch der vision auf der treppe alles gut schade gut gestartet aber dann wieder stark nachgelassen aber nicht schlimm passiert ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020